Maximilian Wöber steht vor einem unerwarteten Comeback, und zwar nicht bei Borussia Mönchengladbach, sondern vermutlich bei Red Bull Salzburg. Der Österreicher, der in der letzten Saison auf Leihbasis bei den Fohlen spielte und viele Fans mit seinem Einsatz und seiner Vielseitigkeit begeisterte, könnte im Winter zurück in seine Heimat wechseln. Nachdem seine Rückkehr zu Leeds United im Sommer nicht wie erhofft verlief, scheint ein neuerlicher Wechsel bevorzustehen. Unter Ex-Gladbach-Coach Daniel Farke bekam Wöber kaum Spielzeit und musste zusätzlich eine Knieob über sich ergehen lassen. Doch nach seiner Genesung zeigt er sich wieder von seiner besten Seite. Jüngst konnte er bei Leeds sogar einen Treffer erzielen, wenn auch beim darauf folgenden Spiel gegen Middlesbrug ein unglückliches Eigentor passierte. Trotzdem, Wöber ist zurück im Rhythmus und weckt Begehrlichkeiten. Genau hier kommt Red Bull Salzburg ins Spiel. Die Österreicher brauchen dringend Verstärkung für ihre Defensive, denn ihr Rechtsverteidiger Amadedic steht vor einem Wechsel zu Napoli in die Serie A Wöber wäre der perfekte Ersatz. Er kennt den Klub, die Liga und bringt die nötige Erfahrung mit. Schon zwischen 2019 und 2023 verteidigte er für die Bullen und absolvierte dabei fast 100 Erstligaspiele. Ein Rückwechsel zu Salzburg würde also nicht nur sportlich, sondern auch Emotionalsinn ergeben. Was bedeutet das für Borussia Mönchengladbach? Viele Fans hätten Wöber sicher gerne weiter im Fohlentrikot gesehen. Seine Flexibilität, er kann sowohl als Innen- als auch als Linksverteidiger spielen, und sein kämpferischer Einsatz machten ihn zu einem wertvollen Spieler. Nach dem Abgang von Maximilian Wöber im Sommer klaffte eine deutliche Lücke in der Defensive der Borussen, die bislang nur schwer geschlossen werden konnte. Doch finanzielle Realitäten und die vertragliche Situation bei Leeds machten eine erneute Verpflichtung kompliziert. Wöbers möglicher Wechsel nach Salzburg zeigt einmal mehr, wie dynamisch der Fußballtransfermarkt ist. Ein Spieler, der vor wenigen Monaten noch in der Bundesliga brillierte, könnte bald wieder in der österreichischen Bundesliga auflaufen. Das zeigt auch, wie schwierig es für viele Profis sein kann, sich in einem neuen Umfeld wie der Championship zurechtzufinden. Manchmal ist der Schritt zurück der beste Schritt nach vorn. Ruven Schröder, der neue Sportdirektor von Salzburg, scheint fest entschlossen zu sein, Wöber an Bord zu holen. Die Verhandlungen mit Leeds sollen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium sein. Ein Transfer im Winter für eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich liegt im Bereich des Möglichen. Sollte der Deal zustande kommen, würde Salzburg einen erfahrenen Verteidiger mitbringen, der sofort helfen kann. Viele Gladbach-Fans werden diesen Wechsel mit gemischten Gefühlen beobachten. Einerseits freut man sich für Wöber, andererseits bleibt die Frage, ob die Fohlenelf nicht doch hätte mehr tun sollen, um ihn zu halten. Was haltet ihr von diesem möglichen Comeback von Maximilian Wöber bei Salzburg? Wäre er für Gladbach noch immer ein wichtiger Spieler gewesen oder ist seine Rückkehr nach Österreich der richtige Schritt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.